Einen wunderschönen guten Morgen. Nein. Einen wunderschönen guten Brunch. Nein. Einen wunderschönen guten Tag. Nein. Jetzt darfst du reden. Einen wunderschönen guten Morgen. Ey, heute sind wir im Marabans. Und Marabans waren wir zum allerersten Mal vor ungefähr ein Jahr. Ja, fast super. Ja. Ja, doch? Ja. Gut Stück essen. Ja. Ja. Heute testen wir das Marabans. Sieg. Die. Ta-ta-ta. Sieg nicht, dieguerin. Sieg. Sieg nicht sicher. Keine Ahnung, ist das Kiwi, Banane, Apfelsaft, aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das ein wunderschöner Ort um morgens zu verweilen. Guckt euch mal jetzt diese Aussicht an, die ist mega. Unser Essen, wie ihr es gerade seht, ist aufgedeckt. Sieht richtig gut aus. Braucht ihr noch ein bisschen Käse? Ich bin gespannt bei den ganzen Käsesorten tatsächlich. Jetzt schaut euch mal dieses geile kleine Brötchen an. Oh, herrliches Frühstück. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020